Der Alltag, meine Damen und Herren, birgt erstaunliche Gefahren in sich. Als Erläuterung möchte ich eine kleine Geschichte erzählen, die mir letzte Woche wieder erfahren ist. Ich fahre im Auto am Waldrand entlang, ich fahre nach Hause, die Kippe locker im Mund. Sie ist aus und ich werf sie aus dem Fenster. Waldbrand, Waldbrand, Waldbrandgefahr. Waldbrand, Waldbrand, Waldbrandgefahr. Gras in Flammen, Zweige fangen Feuer. Es knackt im Unterholz, die Tiere beginnen zu fliehen. Waldbrand, Waldbrand, Waldbrandgefahr. Werf die Kippe aus dem Fenster und der Waldbrand ist da. Waldbrand, Waldbrand, Waldbrandgefahr. Waldbrand, Waldbrand, Waldbrandgefahr. Waldbrand, Waldbrand, Waldbrandgefahr. Musik Ich fahre nach Hause am Waldrand entlang Ich fahre nach Hause seit Stunden entlang Dieser Straße, die Langeweile plagt mich Darum rauche ich, darum rauche ich Zigaretten halten nicht lange Irgendwann sind sie aus, dann wirfen sie raus aus dem Fenster Waldbrandgefahr Waldbrandgefahr Findest du nicht auch, es riecht angebrannt? Ich fahre nach Hause Ich fahre nach Hause